Jo, und herzlich willkommen zur ersten Folge von der Liste, wo wir Command-Cheven und so, ne? Ja. Jo, und herzlich willkommen zur ersten Folge von der Serie, wo wir euch Commands über Minecraft erklären. Und angefangen mit den Admin-Commands, also noch ziemlich simplen, muss man sagen. Bitte, Kevin. Ja, hallo. Ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem Ban-Befehl. Der ist noch ziemlich simpel. Man schreibt einfach Slash-Ban in die Konsole oder in den Chat und fügt dann einen Namen hinzu, zum Beispiel mich. Und das kann Kevin hier zum Beispiel mal machen. Ups, Ban. Weil er Op ist, das ist auch so eine Sache. Und dann kann ich nicht mehr auf den Server raufen. Das steht da, Logging in, bla bla bla, you are banned from the server. Reason banned by an Operator, klar. Jetzt kannst du mich wieder debannen. Ja. Danke. Das können wir dann gleich auch erklären. So. Ich muss nochmal, wie viel hast du jetzt gemacht? Gut, danke. So. Haben wir, also es ist quasi, das kommt gleich. Die Ban-IP ist quasi das gleiche, nur dass man das ganze, ich sag mal, Netzwerk, ne, in dem mehrere Computer in einem Netzwerk oder in einer IP drin sind, ne? Genau. Hast du noch was dazu zu fügen? Ja, also sagen wir mal zum Beispiel, wenn wir, wenn du in einem Haus wohnst, mit einem Einfamilienhaus und da hast du ja insgesamt einen Internetzugang und dann, wenn die IP-Adresse gesperrt wird, dann kann sozusagen der gesamte Haushalt nicht mehr auf diesen Server drauf. Das wird auch wahrscheinlich so sein, dass man die IP, na gut. Und die IP besteht aus mehreren Zahlen übrigens. Ja. So irgendwie zehn Zahlen oder so, kann sein. Ja. So, Banlist zeigt einfach an, wer gerade gebannt ist. Das ist gerade, äh, Subletor, ich weiß gerade nicht, wer das ist. Und Debitor. Aber, das, ähm, zeig ich mir später, wie man das wieder rückgängig machen kann. So. Kommen wir zu D-Op. Ich kann jetzt zum Beispiel, in dem habe ich angeschrieben. Gut. Ähm. Ja, mich auch. Okay. Komisch. Ähm, deshalb schon Debitor. Nein, gut. Ähm, du kannst jetzt quasi D-Op machen, wieder mit meinem Namen. Mhm. Oder den ganzen Leuten, die da jetzt drinstehen, weil ich Tab gedrückt habe. Da kann man immer Sachen, äh, vervollständigen. Mist. So. So. Jetzt ist nämlich, äh, D-Op, ne? Ja, ja, jetzt. Wenn ich jetzt versuche, Gamewood, äh, 2 zu machen, zum Beispiel, steht da, you don't have a permission to use this comment, weil ich, äh, nicht mehr Op bin. Op ist quasi Operator, Operator, quasi der, äh, Führer. Nein. Der Typ, der im Server gehört und quasi der eben die Comments hat und die Befehle machen darf, so. Also sozusagen der Chef, ja. Ja. Also der alles darf. Okay, jetzt kannst du mich wieder opnen. Quasi, statt D-Op, einfach op. Zack. Danke. So. Kommen wir zu Pardon. Das ist der Befehl. Pardon. Kommen wir zu, ähm, Pardon. Das ist der Befehl, um dies hier rückgängig zu machen. Wenn wir zum Beispiel Pardon nehmen, ähm, Debitur LP. So. Kann er jetzt wieder auf den Server rauf. Jetzt kannst du nochmal Banlist machen und der sollte dann weg sein. Ban-List. War das zusammen geschrieben? Ja. 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 Da steht nur noch Sub-A-Doll. Oder wie darüber geschrieben wird. Wer das auch immer ist. Ähm. Das darf hier wieder Pardon IP. Wie Pardon IP. Ist für die IP. Genau das Gleiche. Kommen wir zu dem Kick-Server. Kick-Server. Alter. Egal. Kick-Comment. So, ab hier könnte ich, äh, kann Kevin weitermachen. Ja. Also, äh, sagen wir mal, ihr habt einen Spammer oder sonst irgendjemanden auf dem Server und der nervt einfach. Und ihr wollt den einfach kurzzeitig runterwerfen, um ihn zu warnen, sozusagen, bevor ihn bannt. Dann macht man einfach Slash Kick und dann den Spielernamen. In dem Fall wieder Simon, natürlich. Und dann passiert das da. Nein! Ich wollte dich grad kicken. Okay. Aber ich kann wieder auf den Server rauf, weil ich nur gekickt wurde und nicht gebannt. Und List, ja? List, äh, das ist wohl wahrscheinlich der simpelste, wenn, äh, die Tab-Liste, also die Anzeige da oben, Simon, du kannst es ja mal zeigen. Ja, ja, ja. Wenn die Tab-Liste nicht mehr ausreicht, um alle Spiele anzuzeigen, da kann man Slash List eingeben und dann werden alle Spiele, die online sind, angezeigt. Da. Genau. Kevin und Kevin 1000. Das ist das Tablet 1000. So. Ja. Save All. Also, äh, normalerweise wird der, ähm, wird die Welt, in dem wir hier sozusagen gerade spielen, äh, regelmäßig, äh, gespeichert. Wenn ihr jetzt aber sicher gehen wollt und ausgerechnet jetzt in diesem Zeitpunkt das speichern wollt, dann gebt ihr Save All ein. Stehe jetzt da, hab ich grad gemacht. Ja. Gut. Save Off ist eben, um dieses automatische Speichern, was ich grad erwähnt hab, auszuschalten. Wenn ihr zum Beispiel wollt, äh, dass euer Computer nicht so überlastet wird oder euer Server. Ja. Das spart ein bisschen Ressourcen, ist allerdings nicht so sicher, weil dann, wenn dann der Server abkracht, dann ist eure Welt weg. Futsch. Ähm. Der geht nicht. Oh, ich bin so ein Pfosten, ich schreib's mit F, ich hab's auch mit dem Chip. Alter. Gut. Oh. Ihr wisst Bescheid. Und eben auch mit Save On. Äh. Ja, das ist genau das, der, das Gegenteilige. Alle werden sich wahrscheinlich voll gegen die Stirn geschlagen haben. Ja, also, ja, save und save, ne? Also, das geht genauso wie live und live. So, wir haben hier noch einen Command-White-List. Äh, das ist für die ganz Privaten, die, wenn ihr wirklich unter euch seid, also den Server nicht öffentlich machen wollt, dann könnt ihr sozusagen alle auf diese Liste schreiben, die auf den Server dürfen. Und alle anderen, die nicht auf dieser Liste draufstehen, die sind dann sozusagen davon ausgeschlossen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Whitelist anmache und ich glaub, die ist sogar an. Ist jetzt auf jeden Fall. Ja. Ja, jetzt ist sie eigentlich gleichzeitig aktiviert. Mhm. Dann können nur die drauf, die in der Whitelist stehen. Das ist eine Textdatei in dem, äh, Ordner von dem Server. Ja, dann könnt ihr sogar auch per Hand das anm- an, genau, per Hand sozusagen auch noch welche hinzufügen. Also, auf kann man sie auch wieder machen, also aus. Und dann noch mit List kann man noch, äh, neue Spiele hinzufügen, wie zum Beispiel der hier. Das ist, den, die wird's wahrscheinlich nicht geben. Nein, mit List kannst, List tust du sie eher alle auf. Also, genau. Das wollte ich auch sagen. So war das. Mit Add können wir Leute hinzufügen, wie zum Beispiel den. So war das. Ja. Und Remove ist klar. Das ist sozusagen Entfernen. Und, äh, Reload ist sozusagen, wenn ihr während dem Spiel den Server nicht unbedingt neu starten wollt, aber den... Die Whitelist. Dass die Whitelist sozusagen aktualisieren wollt, sozusagen, dass sie sofort in Kraft tritt. Genau. Ja, gut. So, ähm, das waren jetzt alle, ich sag mal, hoffentlich mal alle Admin-Commands. Wenn euch noch was einfällt, wir werden sowieso noch einmal alle sowieso durchgehen in den nächsten Videos. Das letzte Video seht ihr hier, das ist das letzte Bild mit dem Kevin auch wieder. Und das nächste Video wird dann auch wieder ein Tutorial zu Commands sein. Das seht ihr hier rechts. Da. Ja, oder? So. Da. Glaube ich. Da. Ja. Das ist irgendwie komisch, wenn du so da sagst und ich dich nicht sehe, aber... Gut, ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Commands. Äh, Alter, ich komme hier schon ganz nebeneinander. Es ist spät. Es ist halb zwölf. Ähm, schreibt sie in die Kommentare. Ist ja fast das Gleiche. Ähm, oder irgendwelche Bewertungen. Und abonnieren nicht vergessen. Ist ja kostenlos. Und wenn ihr nicht vergessen wollt. Tschüss. Tschüss.